Wie ist die Vielfalt der Rebstöcke? Vielfalt ist unsere Stärke. Bei uns lernst du viele verschiedene Bereiche der Landwirtschaft kennen. Im Wein- und Obstbau führst du von der Pflege der Rebstöcke und Obstbäume bis hin zur Ernte und Weinbereitung alle Schritte selbst durch. Den Boden und seine Bestandteile musst du genau kennen, um das Wachsen, die Pflege und das Geteilen von Pflanzen zu verstehen. Diese Dinge lernst du bei uns im Pflanzenbauunterricht direkt am Feld. In der sparte Tierhaltung kann es mitunter ganz schön spannend zugehen. Von der Geburt und Pflege der Tiere bis zur Schlachtung und Verarbeitung erlebst du die Erzeugung von Lebensmitteln bei uns hautnah. Die Technik als fixer Bestandteil in jeder Sparte erleichtert die tägliche Arbeit in der Landwirtschaft. Forme dein eigenes Werkstück aus rohem Stahl aus dem Schmiedeofen. Genauso darfst du bei uns komplexe Steuerungsprogramme für die landwirtschaftlichen Geräte bedienen. Bei uns geht es im wahrsten Sinne des Wortes darum, das Gelernte auf fruchtbar in Boden zu bringen. Jetzt liegt es an dir. Gehe ein Stück deines Weges an der Landwirtschaftlichen Fachschule Mistelbach. Gehe ein Stück die und erage bis ein Stück zu her, das wird perfekte eabilir. Vielen Dank.